Herzlich Willkommen zu einer Rechnenfolge hier auf der Karte Thüringen. Wir schauen mal, dass wir diese Lagerförderung in Gang kriegen. Warum nimmt der jetzt nichts auf? Das ist ein Gummisch. Es wird äußerst ehrlich, wenn das Paki wäre, ne? Jetzt nimmt das an. Gut. Dann sind wir wieder von hinten weg, ne? Also das ist ganz komisch. Wer weiß, hat auch nie ein Problem gehabt. Weil der greift ja hier von hinten weg, ne? Also in diesem Bereich. Und nicht da vorne. Wenn man so schön, dass man ein Radisch hat, ist ja gut, aber... Natürlich müsst ihr alles wegnehmen. Von vorne vor allem. Macht ja Sinn, ne? Aber hier auch kein Grün zu sehen ist. Normalerweise würde das alles gut sein. Aber da wollen wir schauen, wenn du so ein Ding hast. So eine Teermaschine irgendwie. Das Grün hier wegkriegen. Könnte natürlich sein, wenn das Grüne unter dem Bereich komplett durchgeht, dann ist es äh... Ja. Tut man ganz vorsichtig aus, äh... Vielleicht könnte ich hier mit Terrafarmic in den Höher holen, aber zum Test ist es eigentlich zu teuer. So viel Arbeit dabei. So viel Arbeit dabei. Nur hier nicht, ne? Na, da muss ich mal sehen, dass ich so ein Ding kriege. Ja, das ist die Technik. Also Silos an sich äh... Der Grifwandtipp auf die Silos immer normal funktionieren. Da wäre mittlerweile auch ein Silo im... äh... begonnen voll zu machen aber mal sehen das ist ja die marke einbau werden wir sehen wenn es aber da habe ich noch keine beschweren gehört also wenn wir schauen dass die beiden vollkriegen ist ja ein mischwort auch nicht mehr vollkriegen also BGH eigentlich so richtig, ich habe hier echt nicht hier kann das nicht weiter sein, Technik, Diversus ich weiß auch den Namen nicht, sonst kommt da noch ein zu ich weiß auch den Namen nicht, sonst kommt da noch ein zu ich weiß auch den Namen nicht, sonst kommt da noch ein zu will ich die ganze nicht sein lustig hier sein oder? aber unter was? BGH schieben kann das auf jeden fall nicht Diagnoni na na ja, ist eine lange Arbeit, lass mal Arbeit sei ja blöd, wenn ich jetzt machen soll äh, wenn ich in der Stelle geht jetzt sind wir schon macht zu erwarten, dass ich hier die Ecke auch nicht funktioniert hier wird es gehen aber da garantiert um die ecke müsste ich mal kurz gucken aufnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 und das ist nur 5 plus 3 und deutlich wie er an der kante hier aufhört müssten wir platzierbare sieglose hinstellen, die ein kleiner sind und dann wird das irgendwie ok ich krieg die ja nicht abgerissen ich halte sie nicht abseits nicht zu höchsten bauen um zu kleiner es geht, um zu größer es geht nicht so wird gleich voll sein, kann es lang dauern ja show läuft ich wollte hier erst die Schlage einbringen also wenn das hier jetzt hat ein anhänger 300.000 noch ein anhänger dann müsste es voll sein ja so der Notdüsen extra bringt auch nichts dann sobald wir vorher reinschmeißen aber die anlage und dann ist es naja auf und auch egal können wir noch warten ein paar Sekunden auf die Quente muss ich kurz eine Pause machen und mal gucken ob ich die Kehrmaschine finde bis zum Problem scheinen müsste ich es eigentlich haben und die Folge muss ich noch zu Ende machen ne das ändert nichts so voll erstmal abhängen den gucken wir weiter fahren so schon mal die Richtung fahren und dann mal gleich den nächsten Anhänger unterfahren dass er schon mal voll machen kann das ist ja extrem ne er hat mich ganz schön man hier das ist ja Haufen Arbeit gewesen also sonst ja nicht ohne also jetzt sind wir da gefahren ne gepresst und verdichtet alles richtig viel Arbeit zwei Tage im Spiel glaube ich fast drei danach hinterher nächstes Jahr haben wir sowieso keine Schlage mit Mais vor da wäre nur ein Feld möglich das wäre die wo aktuell sogar drauf ist ich glaube die 42 ich dachte da wäre nur die Ecke ein bisschen grün aber das scheint durchweg unten lang grün zu sein und dann ist die Ecke komplett hinüber habe ich dann so eine Silus da Gebäude Diverses Silos da habe ich was das ist ja doppelt so groß das heißt das passt dann nicht rein sonst wäre das egal drüber gebaut und fertig also mal gucken wir mal ein kleines haben der doppelt er hat sich auch nur deswegen äh würde ich sagen das ist ja äh das wäre ja auch ungünstig ne weil wir ja auch nicht reinkommen noch ein Feld extra eine Ecke machen wäre auch blöd ne die so parallel daneben würde gehen ne oder da müsste man doch hier im Feld da oben ist ja noch ein Stück Wiese da kann man ja drüber bauen ne das Ding voll so wir müssen da mehr rein ist auch nichts sonst fahren wir mal wir los links können wir nachher machen und wieder raus fahren zum zu Soll ich jetzt ein bisschen ungünstig, weil der Lkw wieder nicht da fickt oder so. Toll. Aber wir sind ja nur davor, wir können ja nur ran fahren. Wenn ich ja blöd dann nur Viertel voll machen würde. Mächtig ärgerlich. So, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ich werde mal gleich schauen nach so einer Kehrmaschine. Ich weiß ja genau welche. Im Kopf habe sie schon, aber ich weiß nicht genau wie sie heißt. Das heißt, wir müssen suchen. Dann hören wir uns gleich wieder, wenn wir es gefunden haben. Tschüss und danke fürs Reinschauen.